meine damen und herren herzlichen willkommen zu einer weiteren folge ls 22 nordfrisische marsch vierfach ein wunderschönen morgen grüß euch zusammen so wir müssen heute großartige dinge tun und zwar werden wir heute wahrscheinlich so ein bisschen hofer weit haben ich habe vor allem die produktionen reingeguckt und da sieht es nicht gut aus hier alles rot wenn wir die jetzt hier rein warte mal ich muss ihm muss mal ein bisschen ich habe heute echt gut gefrühstückt deswegen kann ich das jetzt mal machen so guten abend thomas grüß dich danke dir für acht monate vielen herzlichen dank dankeschön können wir hier sachen raushauen warte 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 und zwar holzfäller der produzierte gornyx mama schneller mein freund auslagern wow wir brauchen mehr holzfäller wir brauchen das ist glaube ich auch in den kommentaren gestanden dass ich mindestens vier oder fünf holzfäller brauche um das wirklich so zu bewirtschaften wie ich mir das vorstelle könnte würde dir dem recht geben dass wir wirklich so viele holzfäller brauchen damit das einigermaßen läuft macht mir ein bisschen angst ich überlege jetzt gerade können wir denn warte mal wir haben doch hier ad drauf so können wir denn sagen wir nehmen von unserem lager hoflager aufladen zum zum mischstation hof gras das müsste doch klappen ich habe vier ich habe drei also drei so das minimum was ich gerade rauslese so gucken weil das einfach so klappt ich bin selber das läuft auch letzte bahn sehr gut sehr gut sehr gut ist aber hat man nicht gesagt du fährst zum mischstation was ist mit ihr nicht krass nicht schon krass war schon krass level wolf war schon mal schon richtig mit gras die frage ist nur was macht drückst du jetzt nicht vergessen ja mach ich gleich mach ich gleich doch ich möchte ja gras in den fermenter bringen 19 was ist denn die 19 finde ich komplett raus wir müssen nach der eben mal gucken warte 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 eins an der anderen weiss ich ob das das ist hinter dem stall fertig ist das weiß ich auch nicht finden wir raus finden wir raus also muss ich mal gucken fahr doch mal weg so warte mal jetzt habt ihr mich maxim mal verwirrt du hast gras geholt du fährst zum mischstation stopp das war falsch da liegt der fehler du musst nämlich zum fermenter abladen links willst du verwendet bringen wie sind der immer gefahren was mich kurz ach das geht ja nicht mehr das geht ja nicht mehr meine damen und herren wir müssen das nämlich jetzt neu bauen stimmt weil der alte kurs ginge durch die zwei kuschelette das ist ja nicht mehr da ne dann ist ja nicht mehr da so das heißt wir müssen jetzt einen neuen kurs machen wir müssen uns jetzt aber imaginär vorstellen dass hier noch was hinkommt hier kommen noch das heißt wir müssen hier in der mitte muss eine straße frei bleiben wenn ich mir das jetzt so richtig zusammengezwibelt habe immer mit meinem kopf dann muss das ungefähr hier beginnen jetzt nicht zu nah aber auch nicht zu weit weg um wirklich hier ein einigermaßen schönes ding hinzubringen boah wo war entladen links oder rechts chat links oder rechts hilfe 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 ich glaube es war hier ok links dankeschön so warte zack zack da fahren wir noch mal ein meter zurück oder zwei dann fahren wir hier noch mal ein so das ist auch fast in ordnung so dann fahren wir hier noch mal zurück moment moment ja weiß ich weiß ich weiß ich so erstmal kurz hier dann geht mal vorne noch verbinden dann müsste doch eigentlich wieder klappen dann müsste doch eigentlich das schon wieder klappen so passt und ab da meine damen und herren müsste es schon wieder funktionieren hoffe ich zumindest ich glaube danach hat sich nichts geändert meiner meinung nach wenn er fahrt mal richtig ran also was ist denn mit dem mission los guck mal nach oben feld 10 feld 55 feld 19 alles fertig okay erfährt gutes zeichen schauen wir uns das ganz kurz an aua muss die kurve nicht anders sein glaube nicht wenn wir langsam zum profi in kurse machen ja was heißt profi ist halt schon viel falsch gemacht worden weißt du das man lernt halt so ein bisschen und natürlich auch mit schliffe des chats das muss man einfach mal so sagen thomas danke dir für acht monate vielen herzlichen dank so jetzt können wir hier natürlich sagen silage aus gras hätte ich gern warte aktivieren so ist nämlich richtig so zähne haben wir nicht silage warum habe ich jetzt zweimal silage aus gras doppelte produktion das fühle ich wie wäre es wenn du den weg noch als feldweg machst nee warte mal ich muss jetzt noch andere sachen klären hier ich habe nämlich gehört dass da bisschen was los ist der ist schon mal fertig ne du warst auf der 19 so die 19 können wir abschließen 19 düngern die antemission ist auch abgeschlossen meine damen und herren sehr sehr geil haben wir noch eine weitere dünge mission auch 81 da machen wir sie halt den mal raus zack und die 81 nehmen wir hier in der feld der gönner bis 79 justin werfe problem wo ist der 81 moment ach da unten dann fahren wir bis zur ein und ne wir fahren bis zur 62 62 so so unten ja das ist das habe ich schon zimmer wohin willst du denn stopp was machst du denn da was ist das hier das ist doch wieder ein klassischer storno ich habe die alten rd kurs noch drauf ne das sind die alten rd kurs sagt ja wie es ist so jetzt müssen wir mal hier mal ein bisschen testen ja unfall der unfall stimmt warte mal jetzt können wir das natürlich könnte es natürlich daran liegen dass jetzt ein bisschen erhöht sind das können wir auch ganz dort eine kasse zwei da wurde doch immer nach der mitte weiteren gerufen oder wenn der storno war regitte das hat zwei ich brauche einen schlüssel gut dann machen wir es halt so ist ja auch kein problem weißt du heute nur vergessen sag mal raffel was denkst du denn von mir was sollen die leute denken die hier zugucken weißt du so aha okay 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 bei namen ernte auch kinder ach er hier ne okay warte 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 stopp du musst tanken ne es ist ein es ist ein ähnliches thema den drescher muss ich ausrüst setzen ja weiß ich du fährst mir auf die 59 mein freund 59 das ganze muss von der 59 dann zum bahnhof verkauf bahnhof ja go for it so dann nächste baustelle der hier der hat aber noch ein bisschen zeit er hat noch ein bisschen zeit denkst du dass sein imperium so groß wird wie bei fett ich sag dir ganz ehrlich ne ich weiß nicht wie groß fett sein imperium gebaut hat aber ich muss auch ehrlich weiß sagen fett spielt halt sehr viel mehr auf dieser karte als ich es tue das muss man schon so sagen ich weiß auch nicht wie gut fett mit cp und ad ist muss ich dir ehrlich sagen oder ist wirklich leer ne krass so dann ist jetzt der day of the day gekommen wo steht der drescher hier zurücksetzen eow zurücksetzen jawohl hat man nicht irgendwo noch ein schneidwerkswagen so dann können wir wirklich die 55 auch abschließen sehr gut es spielt circa sechs stunden in der woche auf der karte nur sechs stunden ehrlich hätte ich mir jetzt sag mal du bist aber auch nicht ganz also hätte ich jetzt mehr gedacht aber sechs stunden sind sechs stunden ne äh wir laufen hier rüber ich hab's glaube ich ausgeschalten level wolf ich glaube ich hab's ausgeschalten äh nicht level wolf binerik so jetzt bin ich mal sehr gespannt ob das logo jetzt drauf ist ne ich bin ich wirklich sehr gespannt mal ganz davon abgesehen dass es dreckig ist wie sonst nicht es ist nicht drauf ne muss ich ich geh nochmal in die werkstatt weißt du geh nochmal in die werkstatt vielleicht haben wir da ein kleines detail problem reparieren schnapper 500 euro ist mehr wert ne guck mal da ist es doch drauf das ist es doch ähm da war was warte ich hab grad was gelesen tanken ja müssen wir auch wir müssen alles die frage ist jetzt werde ich aber kurz das schneidwerk raufpacken glaube ich kannst du nicht mit dem häcksler heu vom boden aufsammeln wie bei den speziellen schneidwerken äh weil wir haben es mit dem ladewagen probiert das funktioniert nicht dass ich ist nicht so dass ich getestet habe wir hatten hier schon wieder ein pickpack hingelegt hier wird doch nur hier wird doch nur mehr steigen in den weg gelegt oder pickpacks wir müssen jetzt mit dem mal in die waschenlage du bist allein auf dem server warte mal das ist doch gar kein server ne eigentlich ist es nur ein singleplayer spielstand mhm holzfäller kaufen was kostet denn der holzfäller ist eine andere farbe ne wir gehen jetzt nochmal in den shop ich muss nochmal gucken er ist oben grün ich wollte in oben nicht grün haben aber wer hat den oben grünen gemacht eigentlich gold grün geht da gar nicht hä so war der doch also nicht gold gold weil gold gold nee nee wär das schon in diesem chat schwarz hat er mir schon gut gefallen der michael wieder versucht weiße hinten rum mhm so war er doch so war er ähm ja das schneidwerk stimmt wir müssen aber im schneidwerk auch nochmal rein wir gehen auch gold nein 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 das ist mir egal wir müssen jetzt immer arbeiten wir müssen es schaffen meine damen aber da kann ich die ganze ganze folge nur in der werknad rumhängen das geht doch nicht wir sind doch hier nicht bei sag jetzt keinen namen so das ist zu weit weg oder geht das so das können wir auch noch gleich reparieren so wollte ich eigentlich sagen so das ist alles auf grün ne warum ist es so ich hoffe das ist nicht runter gefallen jetzt so und hier designfarbe ist auch noch falsch gewesen ne so jetzt haben wir es aber mein gott mein j angekoppelt haben wir los geht's waschanlage ne tanken waschanlage nächstes feld gott da war ne laterne ey ey ich war vorbei achso da hinten der blumendruck oh ne oh oh gott da ist der strom sag mal ist die elf marsch nicht für große maschinen gedacht gewesen irgendwann mal hier steht ein tank sag mal ja was habe ich heute verbrochen wo bin ich denn hier mach den party ja ich guck mal ich guck so viel party da will ich übergegen fahr ey das ist ja schlimm meine damen und herren das muss ein ende haben genau jetzt danke fürs zuschauen fürs dabei sein wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin macht's gut ciao ciao